hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder euch jemand kommt mit der herz sie bekommt sogar 32 folge da oben noch er und die kopie kloppte nach oben nach oben nach oben ein so hundert prozent ist mir jetzt scheißegal so was wird das wird das wird die zwei eigentlich nur noch ne drei drei müssten sein ok dann mache ich da eine schnellweise sind jetzt echt nur noch dinge zum sammeln stammt machen wir das mal schnell hängt hier noch irgendwo was auch hier und wenn ich da durchgehe bin ich bin ja 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 also hier ist schon mal nix schnauze über die alle jetzt erschossen ich brauche die erfahrungspunkte schnauze schnauze über die alle jetzt schnauze über die alle jetzt schnauze über die alle schnauze über die alle jetzt schnauze über die alle jetzt schnauze über die alle jetzt schnauze über die alle zusammen nur noch zwei ok es ist nix da haben wir den vater gefunden warum erlösung also ich bin ehrlich ich bin ehrlich also ich würde dann auch hoffen dass mich jemand erlöst so hier also ein sagt wird uns noch das könnte hier oben irgendwo sein nein 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 hier auch nicht ein Sack gewonnen Feuerteufel, jetzt damit hätte man das erledigt so, schnell reißen so, dann machen wir das noch die Pilze, das sind eh nur zwei Stück naja, die ist leer könnte in den Küche gehen noch anholen, aber jetzt um die Uhrzeit ne also zwei Pilze nicht mehr Ah, wo können... ...die hier stecken? Äh, beim Wald, bei so'n großen Wald, überall. Bräuch'n... Sorry, mein Kollege. Mach' die Lund an, da. Immer wieder... Hier noch mal gucken. Zum Leid, ich will die Trophäe haben. Okay, ich brauch' keine mehr töten. Mal gucken, ob da oben noch was ist. Sieht nicht so aus. Nö. Ah, zwei Pilze fahren das nur noch, ne? Ja. Um der Pilz-Mais-Master zu werden. Okay. Okay. Da muss man jetzt noch alles abkreisen hier. Zwei lächerliche Pilze. Mach' ich jetzt noch weiter Tom-Rider durch? Da ist die nächste gute Frage. Da ist die nächste gute Frage. Da ist nix. Hier liegt nun so das Reh. in den Ecken hier mal gucken. Da. Jetzt fällt nur noch einer. Ja. Pass mal auf, das ist so einer blöd versteckt. Äh, es liegt so blöd, dass man den nicht findet. Ne, eher nicht. Um. Glaub' ich nicht, dann hätte ich den schon längst mitgenommen. Glaub' ich nicht. noch mal probieren ein bisschen heller könnte es schon sein ok das war ein fehl wir tun gleich den ganzen weiter an Das ist nur ein scheiß Vogel. Sorry, meine Herren, haben das Wetter. Aber... Die Suche. Hier ging es um die Krypta. Kann ich irgendwie da runter. Hier ist nichts. Habt ihr jetzt zufällig Pizze im Haus? Kann ich zufällig aufs Dach? Nur rein zufällig. Bei Tomal ist nämlich fast alles möglich. Wir suchen die heiligen Pilze. Und Kappensammlung. Meine Frau ist da. Bei Schiffsrack hier? Äh... Schiffsrack. Könnte aber ein bisschen heller werden. Ähm... Hier ist kein... Bildchen... Ne... Bildchen... ... ... ... ... ... die ich nicht war jetzt überall und wieder ein scheißvogel immer diese die suche nach dem verlorenen bild ich probiere nochmal einmal darüber zu kommen aber hier wird man auch nicht eingeblendet hier warum willst du nach oben ich habe ja auch schon fast alles durchsucht oder ich habe alles durchsucht weiter sind die schnell gefunden gott sei dank damit hätte man da auch 100 prozent auf eine kippe damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber nur gut wir haben uns gefunden und das ist ja die hauptsache 100 100 100 100 100 ab zurück zu brackenstadt da fehlt mir jetzt diese zwei komischen sirenen noch die beiden anderen weil sie ja die habe ich bei der mühle ausgeschaltet entschuldigung kann man kommen wo die anderen stecken sind ja nur zwei könnte es nicht hell sein alles klar so ja 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 Alter, du bist so Alles klar Dane Dane Okay. Aber ich beende erstmal diese Folge Und sage wie immer Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Allgemeine Go ist raus Kurz und schmerzlos Leute Links auf der Säule Die letzte Folge des Projekts Rechts auf der Säule Ein anderes Projekt Schaut da mal rein Und was Erik in den Schnabel hat Ist mein Kanal Lasst mir was da Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit Ein Kanal den ich euch ganz herzlichen will Schaut da mal rein In dem Sinne Zack gut Ciao Bis zum nächsten Mal